Waschträger von der Firma Zell sind bei uns in der Fertigung im Einsatz zur Vereinzelung der Bauteile. Gerade in der jetzigen Zeit, wo Oberflächenbeschaffenheiten, technische Sauberkeiten etc. immer mehr an Bedeutung gewinnen und von daher ist es für uns eine große Hilfe, Bauteile schon von der Maschine weg vereinzelt durch die nachfolgenden Bearbeitungsschritte von Teilereinigung bis hin zur Auslieferung zum Kunden vereinzelt durch die Fertigung zu transportieren. Auslieferung Wie wir in der Fertigung auch gesehen haben, werden direkt von der Drehmaschine weg die Bauteile vereinzelt, weil beispielsweise schon entsprechende Oberflächenqualitäten an der Drehmaschine erzeugt werden. Der zweite wichtige Aspekt ist natürlich das Thema Reinigung, gerade im Bereich der technischen Sauberkeit, wo eine perfekte Umspulung der Bauteile in der Reinigungsanlage notwendig ist. Und weitere Bearbeitungsschritte spielen natürlich auch nochmal eine Rolle, wenn es in irgendwelche Finish-Bereiche von Superfinish-Oberflächen geht, wo beschädigungsfreies Handling und Transport der Bauteile von maßgeblicher Bedeutung sind. Auch im Bereich der Automatisierung können die Bauteile über die Adapter und die entsprechenden Pins lagerrichtig an die Automatisierungszellen zugeführt werden und können dort dann von Roboter Handlingssystemen entnommen werden und weitere Montage, Proof und weitere Bearbeitungsschritte durchgeführt werden. Ich denke, dass wie in allen anderen Bereichen auch die Entwicklung weitergehen wird. In dem Produktionsbereich, in dem wir unterwegs sind, werden die Anforderungen weiter steigen. Wir werden wahrscheinlich weg vom Massenschuttgut mehr Richtung komplexere Bauteile gehen und dort werden die Anforderungen für entsprechende Handlingsthemen oder Transportsysteme weiter steigen. Und von daher wird man sicherlich noch mehr individualisierte Produkte brauchen. Sicherlich auch schnelle, einfache Anpassbarkeit der Produkte an unterschiedliche Bauteile, Bauteilgeometrien und auch unterschiedliche Anforderungen. Wir haben mit den Produkten von der Firma Zell durchaus positive Erfahrungen gemacht. Gerade im Bereich der Automatisierung werden diese Produkte hauptsächlich eingesetzt und die Vielfalt der unterschiedlichen Clips, die einfach auch schon serienmäßig angeboten werden können, deckt schon ein Großteil unserer Produkte ab, die wir dementsprechend verpacken, handeln müssen. Natürlich ist auch die Entwicklung oder die Anpassung spezieller Clips an die neuen Produkte, die bei uns im Haus gerade in irgendwelchen Projekten entstehen, wichtig. Und da brauchen wir auch entsprechende Flexibilität von unseren Lieferanten und da ist Zell sicherlich ein Partner, mit dem wir weiter sehr gut zusammenarbeiten können.